Jo, servus und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir etwas besonderes für euch. Ich werde mit euch mal ein DPS-Bild mir anschauen, nämlich mein eigenes Beam-Overload DPS-Bild auf dem Jem'Hadar Vanguard Kriegsschiff. Dieses Bild-Video ist daher auch jetzt mein wirklich erstes richtiges DPS-Bild-Video. Für Fragen und Kommentare könnt ihr gerne in der Kommentarsektion dementsprechend einiges hinterlassen, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Kleine Anmerkung, normalerweise, ja, normalerweise mache ich halt hauptsächlich Videos für Neulinge und Wiederkehrer. Allerdings möchte ich damit mit diesem Video auch die, in Anführungszeichen, Pro-Gamer mit ins Boot holen, die auf meinem Kanal vielleicht etwas zu kurz gekommen sind bisher. Beginnen wir bei dem Ganzen nun mit dem Equip. Wir haben den Jem'Hadar Vanguard neuerdings auf K6X2 hochgestuft. Kleine Anmerkung zu K6X2, das lohnt sich in meinen Augen nur, wenn man wirklich im PvP-Bereich oder im High-End-DPS-Bereich, wie dieses Bild hier jetzt, unterwegs sein möchte. Für Free-to-Play oder für einfach nur Just-for-Fun-Spieler lohnt sich K6X2 meiner Meinung nach nicht. Da reicht ein normales K6X maximal aus. Das Schiff hat eine 5-3er-Bewaffnung, also eigentlich relativ gut. Mit 5 Taktik-Slots, da kann man was mit anfangen. Wir haben in der Bugfront zuerst mal die schwere Weitwinkel des Rupto-Dual-Strahlenbank. Diese Strahlenbank kommt aus dem Discovery-Roof und die haben wir im Zweierset mit Lockers-Konsole dabei. Kleine Anmerkung, ich werde nicht jeden Tooltip komplett durchkauen, denn ich lasse euch genug Zeit, dass ihr das Video auch, wenn ihr wollt, pausieren könnt und dann könnt ihr auch selber den Tooltip euch durchlesen. Des Weiteren habe ich die Wiki in der Beschreibung verlinkt, und zwar die neue Wiki, in der die richtigen Informationen stehen. Als nächstes haben wir viermal die Spiralwellen dabei. In Dual-Strahlenbank, die bekommt man aus dem Delizium-Store, wenn man ein Kadassianer-Schiff, ich empfehle da die G-Mord dabei hat, denn die kommt noch mit einem schönen Trade, dann kann man sich die Spiralwellen-Disruptoren holen, die, soviel ich weiß, derzeit die besten Waffen im Spiel darstellen, mit wegen ihrem Spiral-Proc. Nagelt mich aber auf diese Informationen nicht fest, weil das ist Min-Maxing und da kann es immer ein bisschen von Bild zu Bild auch variieren. Gerollt ist das Ganze natürlich auf Grid-Damage und viermal Damage, beziehungsweise dreimal Damage. Danach haben wir den Flotte-Schützenden-Elite-Broto-Materie-Deflektor. Dieser Deflektor verwende ich eigentlich auf fast jedem meiner Builds, ist in der Flotte erhältlich, um genau zu sein, in der Flotten-Kolonie und eigentlich ein ziemlich guter Deflektor. Dann aus dem Manöver-Wettkampfruf der offensive Triumph-Impulsantrieb, den ich mittlerweile auch auf fast jedem Bild standardmäßig benutze. Der Plasma-integrierte Elite-Warp-Kern kommt aus dem Flotten-Spire und Tillys ungeprüfter modifizierter Schild kommt aus dem Discovery-Roof. Eigentlich eine Standard-Verteilung, die ich hier von Deflektor bis Schilde hier benutze. Die benutze ich auf fast allen meinen Builds, auch auf den Themen-Builds, weil es meiner Meinung nach alles trotzdem noch relativ günstig zu erhalten ist. Zwei Rufteile, zwei Flottenteile. Dann hätten wir in dem Heckwaffenslot eine rundstrahlende Disruptor-Strahlenbank, gerollt auf Grid-D-Damage und Dreimal-Damage. Die habe ich mir selber im F&E hergestellt. Man kann sie allerdings auch passend an der Tausche kaufen, also wenn jemand einen anderen Proc drauf haben möchte als ich, wie ich habe Arc drauf, zum Beispiel Pen oder Over oder was es da auch immer noch gibt für Procs, dann kann man die auch an der Tauschbörse auch gezielt kaufen. Und dann natürlich das 3er-Alter-Miet-Set, zwei Teile im Heckwaffenslot und eine Konsole. Zu den Set-Boni der einzelnen Sets komme ich gleich, sobald wir bei den Konsolen angelangt sind. Aber zuerst noch die Geräteplätze. Wir haben fünf Geräteplätze, da hätten wir einmal den temporalen Vermittler aus dem Delta-Rekruten. Sub-Raum-Feld-Modulator ist eigentlich nur ein Filler für mich, bis ich aus dem MADS-Store die Kobayashi Maru mir geholt habe. Dann Deuterium-Überschuss, wo man den herbekommt, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, was ich in der Infobox verlinke, habe ich zweimal drin. Und die verbesserte Batterie-Energie-Verstärker kommt aus dem F&E, kann man sich selber herstellen. Wir haben zwei Universal-Slots, die ich wie folgt belegt habe. Einmal Lorcas angepasste Feuerkontrolle, die ich wie gesagt im Zweierset mit der Weitwinkel-Disruptor-Dualstrahlenbank mitgenommen habe. Lorcas Zweierset-Bonus gibt uns bei Crit-Treffer ein plus ein Prozent Buff auf kritischen Trefferschaden für 20 Sekunden. Und das ist 25 Mal stapelbar. Die Konsole hätte ich allerdings auch ohne den Zweierset, genauso wie die Dualstrahlenbank mitgenommen. Denn die Dualstrahlenbank, die Schwere aus dem Discovery-Roof für Phaser und für Disruptor sind die stärksten Phaser- und Disruptor-Waffen. Soviel ich weiß im Spiel, neben den Spirellis und den sensorverlinkten Phasern. Und Lorcas Konsole, wie man sieht, die gibt uns Crit-Treffer-Chance und Schilddurchdringung. Und auch Einstellung der Waffenenergie und das nicht zu knapp. Von daher auf jeden Fall dabei. Dann habe ich die Domino-Konsole noch mitgenommen. Ja, man sieht Phaser-Schaden. Allerdings habe ich die Domino-Konsole nicht wegen des Phaser-Schadens dabei, sondern wegen dem Clicky. Domino holt man sich hauptsächlich eh wegen dem Clicky. Denn der gibt uns 25% Feuertempo für Energiewaffen plus 25% alle Schäden. Brücken-Offiziers-Fertigkeiten werden schneller wieder aufgeladen. Also Cooldown-Reduction. Wenn man Torpedos dabei hat, wird der Cooldown dort ebenfalls gedrückt. Von daher ein ganz netter Clicky, den wir aus dem Lobby-Store, aus dem Bajoranischen Interceptor bekommen. Der dynamische Energie-Umverteiler, die wohl teuerste Konsole im Moment in diesem Bild, erhöht unsere Widerstände und den gerichteten Energieschaden. Allerdings ist der Clicky wirklich Gold wert. Denn der Clicky ist ein echter Oh-Shit-Clicky. Wenn man kurz vorm Platzen steht, gibt er uns massiv Hüllen-Regeneration. Allerdings erhöht er auch unseren Schaden. Diese nette kleine Konsole kommt für Föderationscharaktere, also für die Föderationsfraktionsseite, aus dem Atlas-Threadnought. Und das ist sehr kostspielig. Ein K6-Schiff an der Tauschbörse, 1 bis 1,5 Milliarden würde ich jetzt schätzen. Auf Klingonenseite, also bei der Klingonischen Fraktion allerdings, kommt das Ganze billiger. Denn da kann man sich den Energie-Umverteiler alleine holen, ohne das Schiff dafür kaufen zu müssen. Bioneurale Infusionskreisläufe gibt uns Höhenkapazität, Kontrollexpertise und Crit-Treffer-Schaden. Und das auch nicht zu knapp. Die kommt aus dem Lobby-Store. Das Altamid-Set natürlich. Der 3er-Set-Bonus will man haben unbedingt. Denn er gibt uns, egal ob wir jetzt Strahlen, Kanonen oder Torpedos fliegen, er gibt uns 100% Feuerzyklus-Tempo für Waffen. Hinzu kommt halt noch, dass er die Genauigkeit und die Crit-Chance erhöht, diese nette kleine Konsole. Ist allerdings auch ein Clicky, der 3er-Set. Der Zeitlinien-Stabilisator kommt aus dem Krennen-Forschungsschiff, welches man aus der Phoenix-Box per epischem Token sich holen kann. Verringert halt die Abklingzeit von wissenschaftlichen Brücken-Offiziers-Fertigkeiten. Allerdings gibt uns der Clicky ein Feuerzyklus-Tempo für alle Waffen. Wieder auf Ladezeit von Brücken- und Kapitäns-Fertigkeiten. Erhöht wieder auf Ladezeit von Fertigkeiten. Verringert Impulsgeschwindigkeit und so weiter. Ist ein netter Clicky, den man auf jeden Fall auch mitnehmen kann. Der temporale Flugbahnwandler kommt aus dem Zen-Store-Schiff der Narentra. Erhöht unseren Verteidigungswert, unsere wissenschaftliche Bereitschaft. Und der Clicky gibt uns physischer Schaden. Waffengeschwindigkeit, also das Feuerzyklus-Tempo wird erhöht. Die Abklingzeit von Fertigkeiten wird reduziert. Verteidigungswert. Das kommt alles mit dem Clicky. Wir haben dann das Ganze noch mit zwei Schwachstellen-Ausbeuter, die es aus dem Flotten-Spire gibt. Disruptor-Schaden und Crit-Trefferschaden. Und vier Schwachstellen-Lokalisierer, die die Crit-Chance und den Disruptor-Schaden erhöhen. Bei den Spezialisierungen fliegen wir das Ganze auf Spionage first, Stratege sekundär. Und damit kommen wir auch schon zu den Trades. Bei den persönlichen Trades hätten wir als erstes den Flotten-Koordinator. Den hat man standardmäßig dabei. Ein guter Tag zum Sterben aus der Infinity-Box. Der Geheimdienst-Attaché, der wiederum unsere Captains-Fertigkeiten im Cooldown reduziert, kommt ebenfalls aus der Infinity-Box oder Tauschbörse. Die Terranischen Zielsysteme erhöhen unserer Crit-Treffer Schaden, Infinity-Box oder Tauschbörse. In die Lücke gibt er einen Widerstands-Debuff an die Gegner, Infinity-Box oder Tauschbörse. Fragment von KI-Technologie erhöht unseren Energiewaffenschaden und die Kontrollexpertise. Auf Basis der Kontrollexpertise aus der Infinity-Box und der Tauschbörse. Der Bäumler-Effekt, ganz, ganz wichtig, kommt aus dem Lobby-Store oder der Tauschbörse und ist eine sehr gute Cooldown-Reduction für Brücken-Offiziers-Fertigkeiten. Die adaptive Offensive kommt aus der Infinity-Box oder Tauschbörse, erhöht Crit-Treffer-Chance und Crit-Treffer-Schaden. Schuss aus kürzester Distanz gibt uns Bonusschaden für Energiewaffen, je nach Entfernung zum Ziel. Und kommt aus der Mission-Haus-Pack aus dem Iconianer-Strang. Also eigentlich eine kostenlose Fähigkeit, die man sich per Mission holen kann. Die unkonventionellen Systeme reduzieren die Wiederaufladezeit der Universalkonsolen bei Kontrollbrücken-Offiziers-Fertigkeiten. Also Uncon, auch bekannt als Uncon-Trigger dann. Daher kommt auch der Begriff, ich fliege auf Uncon. Und last but not least, Du Landeneifer. Erhöht unseren Schaden und unsere Genauigkeit. Kommt ebenfalls aus der Infinity-Box oder der Tauschbörse. Also die persönlichen Raumeigenschaften, da kann man einiges aus der Infinity-Box sich holen. Dann der wichtigste Part des Ganzen, die Raumschiff-Eigenschaften, auch bekannt als die Raumschiff-Trades. Da hätten wir als allererstes Not-Energie-Waffen-Zyklus. Kommt von der Arbiter, dem Zennstor-Schiff. Reduziert unsere Waffen-Energie-Kosten und erhöht unser Feuer-Zyklus-Tempo. Terranischer Abschied oder Terran-Goodbye auch genannt. Erhöht Genauigkeit und Crit-Treffer-Chance. Kommt von der Mirror-Constitution aus der Infinity-Box. Angriff aus dem Schatten kommt von der Schran, einem Zennstor-Schiff. Erhöht unsere Crit-Treffer-Chance und unsere Schäden. Super-Waffen-Einfalls-Reichtum. Die Verlängerung für Beam-Overload. Kommt aus der Adaleth. Dem Cindy-Primaten-Kreuzer aus dem Lobby-Store oder der Tauschbörse. Cold-Hearted kommt von dem Breen-Schiff aus dem Phoenix-Store. Die 5 Magien kommen von dem Event-Schiff aus dem letzten Sommer-Event und sind für Disruptor sehr, sehr gut. Und die bevorzugte Ziel-Auswahl kommt aus der NX, einem Lobby-Store-Schiff aus der NX-Klasse. Kriegt man aber auch an der Tauschbörse. Das Ganze wird durch den Raumruf und aktiven Raumruf halt abgerundet. Da hätten wir als erstes Präzision für die Crit-Treffer-Chance. Erhöhte Feuerkraft für den zusätzlichen Waffenschaden. Die fortgeschrittenen Zielsysteme für den Crit-Treffer-Schaden. Kontrollierte Gegenmaßnahmen. Wir erinnern uns, dass wir eh mit Kontrollfähigkeiten spielen wegen Ancon. Erhöht Schaden gegen kontrollierte Ziele. Und Tyler's Duality, der uns Crit-Treffer-Chance basierend auf unserer Höhlenkapazität gibt. Beim aktiven Raumruf haben wir eigentlich standardmäßig Anti-Zeit, biomolekularer Schildgenerator, Quanten-Singularitätsmanipulation, Sensoren-Interferenz-Plattform und Tetrion-Refraktionskaskade. Aktiver Raumruf ist eigentlich bei fast jedem Bild gleich. Das wird eigentlich so gut, egal ob jetzt High-DPS oder Themenschars, sich so gut wie nie ändern. Damit kommen wir dann zu den Stationen. Die Stationen, da ist es ganz wichtig, alles Romulana. Warum habe ich Romulana dabei aus der Flottenbotschaft? Romulana habe ich dabei, weil sie mit überragend kommen. Nämlich Romulanischem Agent überragend. Der erhöht Crit-Treffer-Chance und Crit-Treffer-Schaden. Und das stackt. Das heißt, wir haben hier 5 Romulana, die halt dementsprechend stacken. Allerdings meines aktuellen Wissensstandes nach ist das Ganze vor allem so gut, weil die Romulana etwas buggy anscheinend sind. Also nicht richtig stacken. Halt besser stacken, als sie sollten. Wie gesagt, das ist das, was ich bisher darüber gehört habe. Nagelt mich nicht auf diese Info fest. Wir haben dann als allererstes hier einen Techniker drin im Universal-Slot mit Notenergie zu Antrieb 1. Wir erinnern uns an meinen Energiebildbau-Guide für Anfänger, den ich in der Infobox verlinkt habe. Speed gleich Damage. Deswegen Notenergie zu Antrieb auf jeden Fall mitnehmen. Instabile Warplase. Wir haben zwei Temporal-Offiziere. Wir brauchen allerdings nur einen Heisenberg-Verstärker. Das chronometrische Umkehrfeld. Ganz wichtig, Strahlenbank-Überladung 3. Und sehr, sehr gut Angriffsmuster Beta 3 als Debuff für den Gegner. Im zweiten Taktiker haben wir dann Chemo-Sied dabei. Und als Trigger kanonisch Treusalver 1. Beim zweiten Techniker haben wir Notenergie zu Waffen 1. Und ebenfalls hauptsächlich als Trigger-Fähigkeit für Cold-Hearted Hilfsenergie zu Batterie 1. Wir fliegen allerdings tatsächlich hier, was man nachher bei den Doffs auch noch sehen wird, mit einem halben Orcs-to-Bet noch. Zusätzlich zu Bäumler. Das bietet sich halt bei einem Hilfsenergie zu Batterie 1 halt auch an. Der Wissenschaftler hat dann Zielsensoren blockieren. Traktorstrahl 2. Die klassische Kontrollfähigkeit Traktorstrahl. Und Photonische Schockwelle 1. Notenergie zu Antrieb 1. Heißenberg-Verstärker 1. Chronometrisches Umkehrfeld 1. Kanonisch Treusalver 1. Notenergie zu Waffen 1. Hilfsenergie zu Batterie 1. Zielsensoren blockieren 1. Traktorstrahl 2. Und die Photonische Schockwelle 1. Die kommen vom Brückenoffizierslehrer. Braucht man also nicht an der Tauschbörse für teuer Geld zu kaufen. Die instabile Warplase kommt aus einer Mission. Ist also komplett kostenlos. Kann man sich dann auch per F und E herstellen, wenn man das gemacht hat. Strahlenbergüberladung 3. Angriffsmuster Beta 3. Und Chemo Seed 1. Kommen aus der Tauschbörse. Beziehungsweise Chemo Seed auch aus der Infinity Box. Die Doff-Verteilung natürlich, wenn man das High-DPS noch auf die Spitze treiben wollen würde und die Möglichkeit dazu hat, sollte man definitiv Borg-Doffs noch mitnehmen. Ich habe diese Möglichkeit jetzt leider nicht gehabt. Vielleicht in einem meiner anderen High-End-Builds, die noch kommen werden. In diesem Build jetzt leider nicht. Dafür habe ich hier zweimal einen Doff für Schilddurchdringung per Strahlenbanküberladung. Einmal einen Doff, der den Grid-Schaden erhöht bei Energiewaffen. Kommen alle drei aus der Tauschbörse. Das Notfall-Con-Hologramm. Ein sehr, sehr guter Doff, den man aus dem Phoenix-Store bekommt. Der uns wiederum mehr Speed gibt, denn Ausweichmanöver wird schneller aufgeladen. Einer der neueren Doffs, Dall-Rai, der aus der neuen Prodigy-Kiste kommt. Dieser Doff ist meiner Meinung nach sehr gut, denn wir fliegen mit Angriffsmuster Beta. Und Beta hat durch diesen Doff die Fähigkeit, immer wieder mit Angriffsmuster Beta Feuerfrei 1 zu aktivieren. Zusätzlich dazu, dass wir halt hier Beam-Overload dabei haben. Und wie bereits erwähnt, ein Hilfsenergie zu Batterie, Doff für Half-Ox to Bat. Die Energieverteilung ist ganz normal für Energieschiffe. Wir holen Waffenenergie ganz nach oben, das ist ganz, ganz wichtig. Und Speed gleich Damage bedeutet Antriebsenergie als zweites am höchsten. Natürlich gibt es jetzt wiederum den ein oder anderen, der meint, Moment, du hast Tillys Schild dabei. Warum holst du nicht auch die Schildenergie etwas hoch? Das ist meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Kann zwar jeder machen, wie er will, aber ich gehe lieber auf Speed gleich Damage. Desto schneller ich beim Gegner bin, desto eher kann ich den Gegner zerstören. Die Rotation sieht wie folgendermaßen aus. 4 und 5 ist meine Spam Bar von oben nach unten, wohlgemerkt. Ich habe zwei Pre-Buff-Leisten drin. Der erste Pre-Buff ist die Reihe 6, den ich ungefähr 7 Sekunden, 7, 8 Sekunden vor Beginn zünde. Bei 4 Sekunden zünde ich manuell natürlich Ausweichmanöver, ist klar. Und der zweite Pre-Buff aktiviere ich kurz vor Start, kurz vor Ultimo, bevor ich die ersten Schüsse abgebe, auf Reihe 7. Auf Reihe 8 habe ich mein Oh Shit Reihe. Wichtig ist, auch wenn das hier Pre-Buff-Leisten sind, sollte der Cooldown irgendwo ausgelaufen sein, vor allem bei den Konsolen, einfach wieder zünden. Aber ganz wichtig, sobald der Kampf begonnen hat, Spam Bar immer durchhauen. Der dynamische Energieumverteiler ist ein Clicky, wird als Clicky gezündet von mir auf der linken Trafo Seite, sobald der linke Trafo bei 50% ist. Und danach, sobald es wieder zur Verfügung steht. Während Reihe 1, 2 und 3e komplett, bis auf das Waffen-Auto-Feuer, halt komplett Clicky-Position ist. So, und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze einfach mal in einem netten E-Seer-Run. Wir fliegen den E-Seer-Run refolgt. Die Gruppe besteht aus einem Tank, zwei Nannys und einem DPSler, der hinter uns quasi aufräumt. Die Gruppe besteht aus einem Test-Ausland. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020